Tag, Herr. Tag, Mick. Was darf's sein? Gib mir ein Bier. Darf ich mal was ansagen? Ja, nur zu. Danke. Mick Dandee ist mein Name. Sieh mich neu in der Stadt. Und ich brauch irgendeinen Job. Hat einer einen Vorschlag? Für einen Tag ist das genug Arbeitssuche. Hey, Mick, mein Alter. Hey, Leroy. Also, du bist auf Arbeitssuche? Sozusagen. Na, dann such nicht weiter. Ich kann dir was ganz Schönes verschaffen. Na gut. Ich hol mir nur ein paar Zigarettchen, dann reden wir übers Geschäftchen. Okay. Hey. Wie ich sehe, verstehst du dich mit Leroy ganz gut. Ja, netter Bursche. Ich warne dich, das ist ein übler Kerl. Es heißt, dass er mit ganz krummen Sachen zu tun hat. Leroy? Sieht doch aber ganz harmlos aus. Nur, dass du's weißt. Hey, Mick. Gehen wir ein Stück. Weniger Ohren auf der Straße. Okay. Bin gleich wieder da. Okay. 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 Hey, also ich, äh, ich hab' ein kleines Versorgungsunternehmen zu laufen, okay? Hey, wenn du willst, arbeitest du für mich. Na ja. Was muss ich denn machen? Bestimmtes Zeug liefern. Was liefern? Es, äh, es muss aber unter uns bleiben. Davon darf keiner erfahren, okay? Okay. Utensilien. Utensilien? Pschschsch. Du weißt doch, Füller, Radiergummis, Bürobedarf. Und das sind krumme Sachen? Nein, Mann, überhaupt nicht. Alles streng legal. Aber wenn du Namen hast wie Leroy Brown, erwarten die Leute, dass du schlecht bist. Weißt du, wie in dem Song. Ach ja. Aber, äh, ich mag das Image. Ja. Hast du's geschnallt? Aber sicher, geschnallt. Gehört das zum Shop? Was anschnallen? Mann, du stammst wirklich aus der Vorzeit. Hey, also willst du den Job? Tja, ich weiß nicht, Leroy. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Hm. Okay. Wenn du weißt, was du willst, dann sag's mir. Okay. Und bis es soweit ist, mach ich mal wieder los. Und immer cool bleiben. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017